Ein chinesisches Motorrad kauft man nicht. Meine feste Überzeugung noch vor wenigen Wochen. Und hier steht nun die CFMoto 700 CLX Adventure. Und ich habe sie gekauft. Kaufgründe waren Ein 2-Zylinder-Reihenmotor mit 693 cm³ 70 PS und 61 Nm Voll-LED-Ausstattung Mit Kurvenlicht KYB-Fahrwerk Upside-Down-Gabel vorne Monoshock hinten, jeweils 150 mm Voll-Einstellbar Drahtspeichenfelgen Pirelli-Bereifung Bremsen von JG1 Eine Tochterfirma von Brembo Hebeleien einstellbar Zwei Fahrmodi Street und Offroad Im Offroad-Modus ist das ABS sogar abschaltbar Und es gibt einen Tempomaten Der Blinker stellt sich übrigens auch automatisch zurück Matt lackiert der Tank mit Klarlack überzogen Vorbildlich Ein schlichtes LCD-Display mit allen Informationen und App-Anbindung 830 mm Sitzhöhe Vorne 18, hinten 17 Zoll Knackiger Auspuff Und abschließend nochmal Der Motor von CF-Moto Ja und was meint ihr jetzt zu dem Motorrad Und dann auf Kontrollen Ja, also